1 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Meinville mit Tom Oh nein, ich esse gerade Und Kiel Ja, ich bin auch dabei, hallo Okay, und Ja, wir spielen Trouble in Meinville und machen mit, dass eine leise sein muss, wenn er stirbt Was wir eh nicht hinkriegen Also, hey, hey, von TTT geklaut Hey, hey, da ist es, stell dir vor Ja, und wir werden mal sehen, was wir in so Raum reißen könnten Ja, aber ich esse, mhm Wollen wir dann verraten, wer Tractor ist oder? Nee, wollen wir nicht Achso Das ist ein Rätsel, aber wir machen ja, wie gesagt, auch nicht gleich, ähm, Hygge-Testen Weißt du, weil das sagt ja auch nicht zu jedem Spiel, der hier offensichtlich ist, weil es muss ja, wenn Timmy Lens irgendwie zwei Leute runterschlägt Äh, wir sollen die Runde hin, wenn man aufnehmen soll Ich wollte vorhin, aber ich meine, du wusstest, die ganze Zeit, das Trader war aber ja Und jetzt muss ich gucken, wie das ist Also, wusste ich wirklich, ne? Ja, wusste ich auch Und kill random people will be recital penalty bann Okay, gut, mach ich Da, Timmy Lens für den Trader Ich bin wie immer Endoset Also, Torben, wenn du schon zum Test erläufst, kannst du dann auch testen Was mach ich doch gerade? Ja, ich weiß, darum, frage ich dich ja No, ah, Trader, what is the Trader? Hallo, ich mag... Tim, dann... Tim, ich hasse dich Warum denn jetzt schon wieder? Weil du nicht den Knopf drücken sollst Alter, weißt du nicht mit dem Knopf drücken und du testest? Den anderen! Was was... Hey, gib mal Hä, wieso glüchendet ihr, äh, die ich in der Wand rum? Ich glüchendet nicht rum Da glüchendet auch rum, aber Äh, äh, dass wir eben auch schlägt mich Ja, meiner! Jawohl! Uh, 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 uu Uh, ne, 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 ne... Ah, das ist nie so... Ja, ich will jetzt Kiel nicht verdächtigen, aber... Ja, eigentlich schon, ne. Testen könnte man schon mal. Oh, der steht Kiel hier rum. Der steht Kiel hier rum, ne? Kiel steht hier rum? Wart, dass du den gerade getötet? Nee. Ja, hatte. Okay. Oh, Moment mal. Der war Täter. Der war Täter. Kiel, nein! Kiel, Töte dein. Nein, nein, bitte nicht. No, 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 no. Komm, wo ein Traut, oh, Freund. Tata-Fundt-Tata-Fundt. Ja, komm, Hylsey, Hylsey. Nein! 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 Nein, ich bin friedlich! Ich bin innocent! Ich weiß, das interessiert die ganzen Traitor nicht, aber egal! Scheiß drauf! Hylsey, Traitor! Ich helfe! Weg hier! Ich bin inner... Hilfe! Verfolgen die mich all. Ich weiß, dass sie mich eh verfolgen. Bitte Tester, hilf mir, ah, hallo CrazyBlog, boi, dankeschön, oh, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das war, ich hab nicht drauf aufgepasst. Du testet, Ken. Was? Hä? Mann, was soll denn das? Warum soll ich nochmal testen? Ich wollte wissen, wer er inno ist, und ich sollte eigentlich leise sein. Und jetzt geh ich nochmal testen, hä? Bist du jetzt glücklich? Guck mal, das ist ein Creeper-Freudel, die kommen von mir. Aber ich hab noch zu wenig Herzen, um jetzt dagegen anzukämpfen. Alter. LOL, die sind beide gestorben. Was hab ich eigentlich nur für einen Mongoose in meinem Team? Da bin ich fast tot. Creeper-Freudel. Oh, ein Herz. Nice one. Nice one. Das war richtig gut gemacht. Stirbt er gerade? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Stirbt er gerade? Headshot. Oh, ich geh testen, dude. Ich hab keine Herzen, das ist voll das Problem. Hab ich irgendwie so das Gefühl. Und der hat noch mehr Creeper-Pfeile. So, ein Creeper schon tot? Wieso treff ich den? Ja, ich hab gewonnen! Ja, wir dürfen wieder reden! Hä, ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn gekillt. Hab ich den Skilshot? Weil ich den Headshot gezogen hat. Echt cool. Hab ich gar nicht bemerkt. Ich krieg keinen Headshot, aber... Die Maps sieht voll schön aus. Ja, echt? Ja, Mann! Das war die beste Runde. Da hängen wir noch eine Runde dann dran. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder in der zweiten Runde. Wir spielen auch wieder Skylands. Zusammen wieder mal mit dem Kehl und dem Tor, die gerade eben auch schon dabei war. Deshalb muss ich das eigentlich... Und wir machen wieder die gleiche Regel, wie gerade eben auch, wenn sie weiter gesprochen haben. Und naja. Boah, gleich. Jetzt hab ich genug schnell gesprochen und gar nichts verstanden. Regel? 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 Ja, da hätt ich schon eine Regel, ey. Habt ihr alles? Nein, ich hab kein Schwert. Liebe Traitor-Kollegen. Mann, ich bin bisher noch nie Traitor geworden. Wir haben gestern auch schon Tromile gespielt. Da wurde ich gar, gar kein Mal Traitor gewonnen. Heute auch noch nicht. Mach dir mal nen Schwert. Oh, ist leck gerade voll. Nice. Den wieso im Arsch? Den nimmst du immer noch mit Fraps auf? Nein. Nee. Das mach ich. Was? Fraps ist das Beste. Fraps. Fraps ist doof. Das schmeckt wie Fraps. Denn Fraps sind... Wuuu. Oh, ich hab die Fraps noch. Fraps. 7, 6. Wraps. Wraps. Ja, bin durch. Süße, leckere Fraps. Hallo Tom. Sag noch mal Fraps damit. Das ist doch nicht dein Ernst! So langsam reicht's echt. Ich werd die ganze Zeit innocent. So... Jetzt, du sagst, ich bin nicht so aufregend. Was? Bin nicht so aufregend, danke. Wuuu. Ich will nicht boost. Einfach bitte nicht. Oha, oha bitte. 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 Loll. 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 Los weg hier. Wer ist das nicht? Dieser Nudel. 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 Nudel? Ja. Loll. Ist doch wieder recht. Boah, hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Getötet. Köhle HD wo sind los. Scheiße. Wurde ich hier von Nudel getötet? Ich glaub schon. Aber ich fiel das voll gut, dass die Zeit jetzt nur auf 5 Sekunden hier ist. mit den Testern. Oh Tommy, jetzt geh doch mal weg. Ey. Hast mich mal mit dem Schreck geschlagen? Doch. Glück noch. Ich bin Inno, ich bin Inno wie eigentlich immer. Ich bin Inno, ich bin Inno. So, tschüss CC. Hast du Spaß? Hast du Spaß? Ich glaub. Nein, ich will jetzt nicht sagen. Nein, du sagst auch nichts. Nee, nee, aber mal. Ich glaub einfach auch Abschneiden bei Turm. Ich will nicht zu viel sagen. Oh Mann, ich bin jetzt tot oder wenn ich da jetzt runtergehe? Timp. Ihr seid beide Trader, ne? Wie ist das? Wie ist das? Weil wir schon Destin waren. Uh. Was macht Jessie? Hä? Warum läuft Jessie so komisch da rum? Ich glaube, sie sind wieder bei Traitor, was Kay uns verraten möchte. Wo? Oder sind sie tatsächlich auf dem Schiff? Nee, da snipe jemand von oben runter. Nein, CC war friedlich und der andere auch. Der andere, der eine schlicht den anderen Typen. Der, der, der eine Typen schlicht den anderen. Der Spencer, Tom, Spencer, 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 Spencer! Scheiße! Äh, nein. Äh, ich lebe ihn. Ich mein, der Spencer ist tot. Gut. Ja! Ähm. Lol. Wurzst du von Twix da getötet? Ja, wurdest du. Ich weiß es nicht. Hä? Hä? Ich weiß nicht, ob der Inno ist. Wie kommt denn mit? Oh, ja! Tim, ja! In einem und Trader Island. Spencer ist tot. Ach, was ein Wunder, ey! Ich glaub, er hat von Tim getötet. Äh, lol?! Da, wo kommt er? Das hat ihn, die... In, die Wunder hat mich grad abgeschossen. Hier habt ihr einen Pfeil zurück. Da, schenk' ich euch! Da, schenk' ich euch! Häh hä 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 hä. Lol! Hallo! Hallo! Dein Ernst? Ja okay, dann können wir jetzt wieder anerleben. Spannende Finale. Was war dat denn bitte? Da kommt der Traitor am Spirky. Wer? WAS?! Und der Typ ist auch noch Inno?! Ist ein Trickster wirklich... Inno?! Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Birky da ist. Weil sie haben nicht gewonnen. Keine Ahnung, ob der Inno ist. Naja okay, wir sehen uns in der dritten Runde. Bis gleich, tschau. Tschau. Okay, Halt und Hensi kommt zurück. Das war die Worte von Kiel. Oh nein! Die Map ist gar nicht so schlecht. Ist total behindert. Nein, ist sie nicht. Ich werd eh wieder Inno! Ja, wisst ihr? Wir nehmen die Runden sofort hintereinander auf. Was? Ich hab noch keine gekriegt. Ja, die Runde gerade eben war übrigens so gut, dass wir die direkt nebeneinander aufnehmen konnten. Ja, echt. Cool, ne? Ich glaub so cool. Was ey, die waren irgendwas schon? Bin ich jetzt cool, oder wat? Ja, das sowieso. Ey, jetzt wird mal ne Position, wo man Traitor wird. Ja. Ja. Es geht ja bestimmt nach Position, denk ich auch. Oh. Bestimmt. Creator Erik und Daniel. Ach, dieiii! Ach, dieiii! Ach, die lausen Position. Und Daniel, Alter. Seid so geil, ey. Dieiii! Ja, ja, dieiii! Oh, ich bin der Detektiv! Ja, Mann! Oh, ernsthaft! Geil! Wo ist der Tester? Ähm, Torben und Kiel, der Tester ist hier. Wenn ihr hier längs geht und dann... Und dann hier rechts. Warte, halt, stopp! Halt, stopp, Kiel! Kiel! Oh, krass! Du baggst nicht in der Wand rum. Ey, es gab mal hier den Bug, dass du wirklich hier in der Wand rumgebaggst hast und auch nicht wieder rauskommst. Nicht! Ich headshot. Ähm, Digital Dragon, okay. Ich seh ja, wer alles getestet hat, ne? Hey, der war letztemal auch da, glaub ich. Kargromp war auch in Inno. Und wieso... Wieso schiegt sich der Detektiv ab, man? Oh, warte. So... Tom ist auch in Inno. Oh, der ist ja immer was neu, ne? Der Digital Dragon. Ja, der ist ja immer was neu, ne? Äh, hat der denn auch schon getestet? Ja, der hat schon getestet. Ah, er war auch in Inno. Headshot. Komm, in das Pro? Bitte noch mal. Bitte noch mal. Ey, komm, lass mal hier so campen. Komm, Giel. Ja. Ups. Ich hab keinen Bogen. Jeder, der reinkommt. Du hast keinen Bogen? Hä? Doch, da ist... Verdammt, da müssen wir hier noch ein... E-Bus! Giel! Hier, wir sind Bogen. Da hast du einen Bogen. E-Bus hat nur nicht getestet, oder? Nein, hat den nicht. Und du? Was? Ich bin Detective. Test. Guck mal, komm, lass hier. Da ist... Achtung! Wau! Kann ich schlagen, nur kann ich nicht. Timmy sind nicht auffällig. Es ist so. Mr. Swordsblock bei... Was? Ja, genau. Er wurde gerade so geschriezt. Als er wie die einfach Angst... Boah, hab's mal zu machen. Tom übrigens, der Raum ist sehr gefährlich. Wird woanders hingehen. Oh, Bonbonzombie. Ist oben und macht scheiße. Ja. Ja. Der Hero Brain, ne? Der war noch nicht Test. Loll! Hätte mich geschlagen. Wär nicht geschlagen. Ich nicht. Test. Ich schwör. Ich glaub, Eagles ist Traitor. Ich glaub, der hatte gerade ein Creeper-Pfeil in der Hand. Test. Ja. Eagles. Eagles, ich verfolgen. Der RR läuft weg, glaube ich. Oh, ich kann das nicht nochmal wieder eingeben. Hier, Brian. Five. Test. Ja, Eels. Eels, oder wie der heißt es, glaube ich. Der war Inno. Der war Inno. Hilfe! Nein! Ich hab... Tom, warte. Bleib einfach stehen. Ah! Eisenschwert. Tim, hier brauchst du einen Bogen. Hast du einen Bogen? Ja, ne? Meine Liste füllt sich nicht weiter. Eagles war Inno. Ja? Ja. Haben ihn getötet. Was machen die da? Tom, geh weg. Ich auch. Was? Die schlagen sich mit in deinen Händen. Der Frank-Wolf-Ding. Der war noch nicht testen. Und der... War der E-Boost testen? Ja, der E-Boost war testen, ne? War eh noch. Der war gleich am Anfang der Runde testen. Und dieser E-Las Pro? E-Las Pro auch, der war sogar fünfmal testen. So. Das war der, der am downen getestet hat. Der Frank-Wolf, ne? Der ist echt Traitor. Ohne Witz. Ich darf mir das erlauben. Weil ich meine, der möchte auch nicht testen. Jessie haut ab. Jessie's Traitor. Und er war innocent. Er wollte nicht testen. Übrigens, er wollte nicht testen. Jessie? Hau ab! Ich hab mich jetzt auf die Fresse. Und Traitor. Gut, Jessie war Traitor. Hm, dann fehlt noch Wettbewerb. Wow, wie hieß diese Tür wieder gerade oben? Sirino. Sirino. Test or die. Und hier, El, El, wie heißt der Elemental? 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 Ja. Hat Elemental getestet? Der Tester ist nicht da oben, du Vollspacken, sondern da unten. Da unten ist der Tester! Hallo? Test! Ähm, wie hieß dieser Typ jetzt? Steel Reno. Und er ist tot. Okay, und er ist tot. GG! Und ich hab mich nicht getötet! Mann, okay. Ich hab mich nicht getötet. Ne, ich hab mich nicht getötet. Ja, ich denke, das waren drei schöne Runden. Zwei aus der Sicht eines Innos und einmal aus der Sicht eines Detektives. Und ich war alle zwei Runden Inno! Herzlichen Glückwunsch! Ich mach euch auch! Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und die beiden Kandidaten möchten nochmal tschüss sagen. Tschüss, Bussi Bussi! Tschüss, Bussi Bussi!